Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch. Irgendwie spackt das immer noch immer mit meinem Mikrofon so ein bisschen. Das ist halt... Oh Gott. Alter, das geht hier direkt wild los. Digga, warte mal, ich zieh nichts mehr rauf. Ja, dann kann uns glaube ich nichts passieren. Okay, ich glaube, es ist wieder weg. Und dann gucken wir doch mal, was wir jetzt finden. Weil irgendwie hat es nämlich hier wieder gespawnt. Das heißt, es muss hier irgendetwas sein. Was jetzt passiert? Egal, ähm, der Weg hier ist ja versperrt. Dann müssen wir wahrscheinlich zu Fuß weiter. Nehme ich an. Ähm, ja, nice. Alte Taschenlampe, man zieht auch fast nicht mehr. Schon wieder so ein Ding. Okay, ich glaube, wir haben jetzt das Rad gefunden, was wir brauchen, um diese Heizung anzumachen oder was auch immer. Okay, dann, ja, gehen wir hier mal zurück. So, dann strengen wir auf. Ja, das wissen wir. Jetzt können wir die Handpose lösen und losfahren. Juhu. So, okay, wir sind jetzt wieder hier. So, jetzt ist das hier dran. Warte mal, wir müssen erstmal kurz, dass hier das Zeug hier läuft. Oh, was hat er jetzt gebracht? Alter, die sind hier erschrocken, ey. Ich habe mal eine Hexe oder was auch immer wieder weg. Dann wäre ja zu durch. Oder was ist das denn hier? Das sollte es machen. Okay, nice, dann haben wir dieses Teil jetzt auch. Dann fahren wir zum Zug, montieren das. Wir fahren auch zurück. So, raus, Bruder, gut. So, stecken wir das da drauf. Jetzt müssen wir das Feuer wieder anmachen. So, genau, jetzt funktioniert das. Der wird jetzt weggemacht, habe ich gedacht. Auf was ist jetzt hier? Ja, jetzt geht's wieder. Ja, Bruder geht da nicht zu nah. Ja, komm schon, ist es bald geschafft, Maschine. Okay, dann Leute, war es das mit Glowage? War sehr interessant, Leute. Sehr creepy auch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.